Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Batman Arkham Origins. Ja, wir sind ja jetzt hier in der Kanalisation angekommen. Barbara hatte uns ja hier runtergeschickt. Und, naja, ähm, Bomben? Und zehn unbewaffnete Gegner. Die ist schon mal gewohnt. Eine Menge Bomben. Ach, du Scheiße. Naja, aber erstmal was anderes. Ich hab nochmal wieder ein bisschen Herausforderungsmodus gespielt. Und dementsprechend ist hier auch schon wieder was freigeschaltet. Allerdings, keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Also nehmen wir das. Ja, den hatten wir ja schon. Also nehmen wir das. So, dann können wir nämlich auch den Dreifach-Batterang als nächstes nehmen. Jo, dann mal weiter. Wollen wir mal gucken, was hier jetzt noch so auf uns zukommt. Da gefällt das ja alles hier überhaupt nicht. Über so eine Ecke, wo wir jetzt irgendwie nichts machen können. Was ist denn hier noch los? Das sind Black Masks-Männer. Nicht die A-Typen, die ich in der Kanalisation erwarten würde. Die kennen wir vom Herausforderungsmodus. Wenigstens hat er einen Kampfkunstexperten geschickt, um uns zu beschützen. Beschützen wovor? Vor den Ratten? Nein, vor der Fledermaus, du Idiot. Von mir hätte ich Lust, den jetzt einfach mal... Ja, komm, das machen wir. Ach, schade, reicht nicht. Na? Kampf... Sport-Experte. Naja, Kampfkunst, was sie gesagt hatten. Bringt ihnen auch nicht viel. Zack. Auch die fliegen durch die Gegend. Gibt das sogar ziemlich rum. Süß. Ah, er lebt ja immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Den hat es zerlegt. Au, ich habe es echt geschafft. Ey. So, ja, wohl nicht hier. Nee. Sind nicht nah genug rangekommen. Ähm. So, wollen wir sie jetzt mal dezimieren. Reicht nämlich langsam. Oh, das war's. Hm, Kampfkunstler. Überschwemmung. Kampfkunstler-Überschwemmung. Fragezeichen. Haben wir irgendwas hier geschafft? Naja. Mich hat es auch gewundert. Hier? Äh. Hier? Na. Hm. Das war dann wohl irgendetwas anderes. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Mist? Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig? Ja. Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Datenpaket. Direkt vor uns. Seht ihr was? Da oben. War klar, dass wir von hier so nicht rankommen. Ne? So. Hier, dann gib mal her das Stück. Zack. So. Moment. Einmal schauen. Also wir gucken in die Richtung. Und dann ist es genau hinter uns. Ist er irgendwo da? Da, wo wir quasi eh lang müssen. Wieder eine Ecke, wo wir nicht hinkommen, oder was? Können wir den ranziehen? Ja. Ne. Na toll. Wie fies. Wieder was, wo wir noch nicht hinkommen. Hm. Grummel. Ja, aber was... ...machen wir denn jetzt mit dem ganzen Kram? Können wir das irgendwie entschärfen? Ne. Damit? Auch nicht. Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir denn jetzt damit? Es sind so viele von diesen... ...Runden. Irgendwas. Wir müssen doch aber nichts machen. Hm. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, was wir jetzt letzten Endes hier wirklich machen sollen. Ich mein... ...kann wir ja jetzt auch nichts irgendwie... ...starten oder so. Irgendwo hin. Ja, das sind die Waffendepots. Sonst... ...ist hier doch nichts. Hm. Ist jetzt merkwürdig, dass das von... ...Barbera hier nicht mit drin ist. Naja. Sind wir aber nicht von hier gekommen? Klar. Klar sind wir von hier gekommen. Ja, das ist ja wohl mal eh hier lang. Tschuuu. Da mal durch. Ja, die schöne Dreipunktlandung. Gucken wir mal, was hier hinter ist. Nichts von Interesse zu sehen. Okay. Free Gotham here. Oder hier Gotham free. Wie auch immer. Hm. Okay, der Pumpenraum. Man soll nicht drängen. Ach, du Elend. Okay, also hier sind aber nur Unbewaffnete. Moment, jetzt können wir das ja mal... ...benutze ein Schalt-Batterang. Ausschalt-Modell dazu machen. Wo? Was sind denn welche? Da ist einer. Da ist einer. Okay. Au. Das tut auch nicht gut. Wie kommen wir denn jetzt... Okay. Da wird das wohl nichts. So. Dann interessiert das gar nicht. Weiß er, dass wir hier sind oder nicht? Aber er ist jetzt... Na gut. Dann können wir uns auch einfach um den kümmern. So. Da könnten wir... Aber wir könnten auch da lang. Nee. Okay. Von wegen, wir können da lang. So. Überall diese... Die ist noch nicht mehr ganz dicht. Was ist das? Da haben wir einen Knopf. Ah. Das können wir wahrscheinlich auch... Na ja. Was machen wir jetzt mit dem? Das geht doch nicht. Hm. Irgendwas, was wir hier vielleicht noch... Nö. Hier haben wir... Oh, da ist ja noch ein bisschen mehr. In der Fall erstmal nichts übersehen. Was ist denn der letzte? Guck mal. Da geht das auch nicht. Okay. Was machen wir denn da jetzt? Hm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher... ...wo wir jetzt genau hin sollen. Guck mal. Da ist ja noch einer. Was ist dahinter? Da kommen wir gar nicht ran. Da ist auch noch einer. Was machen wir jetzt nochmal von hier? Brauche ich. Hm. Ich habe mich gerade ein bisschen überfragt. Wollt er sich denn... Okay. Strange. Hier irgendwas. Und da hoch. Auch nicht. Hm. Vor allen Dingen... ...der ist nicht mal... Hä? Ein bisschen... Gleittritt. Wieso Gleittritt? Wen soll ich denn da... ...bitte treten? Gleiten, ja. Irgendwann hat er ja Gleittritt angezeigt. Dachte ich... ...mich wohl verschaut. Was machen wir denn da jetzt? Wie kommen wir denn da jetzt? Weiter? Knapp haben wir gedrückt. Hm. Könnten ja einfach mal... Ja. Nicht nah genug. Gut. Wir machen es einfach mal auf den. Ja. Das wird nichts. Nicht mal ansatzweise. Hoch. Okay. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Da wird es wieder angezeigt. Oder sich dann... Upsala. Sagt er natürlich auch nicht genau... ...wo er da hin will. Wir machen es einfach mal. Ja. Zum Beispiel macht das auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Da wahrscheinlich. Das dachte ich mir ja vorher auch schon. Was machen wir denn da jetzt? Ich glaube, da kommen wir noch gar nicht weiter. Kann das sein? Muss uns dem erstmal... ...beugen. Anders angehen. Ach. Schau mal an. Das haben wir übersehen. So. Und nun... Aha. Das hat mich nämlich auch gewundert. Von wegen zu kurz und so. Ui. Und tschüss. Das ist ja schon ein paar O. So. Ja. Und nun? Und nun haben wir hier ein fettes Schloss vor uns. Hm. Ah. Guckt mal hier. Da haben wir doch was zum Knackhorn. Pumpenzugang. Geht mal her. Aha. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wird er einfach mal... So. Dritt er sich um oder so? Komm, wir versuchen es einfach. Bäm. Und weg mit dir. Schade. Nicht gezählt. Wäre auch zu einfach gewesen. Naja. Seid ihr das? Ne. Das waren schon die Punkte. Ach ne. Klok, klok, klok. Ist das? Das ist das Wasser. Ich dachte so dünn, dünn, dünn. Naja. Aber, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Das heißt, erst in der nächsten Folge werden wir sehen, was uns hinter dieser Tür hier erwartet. Ich hoffe, ihr habt auch soweit Spaß gehabt. Und ja. Bin ja mal gespannt, was da auf uns, ja, wartet. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.